Was nicht heißt, dass man das mal eher mal wieder machen könnte. Vor zwei, drei Jahren sind wir auch los. Mit Pierre und den Leuten, ne? Ja. Ja. Hey, wettergeil. Wööw! Wööw! Wööh! Wööw! 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 oh fuck hat doch den witzen Oh Ja 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 Letzt Mal hatte ich da genau 10 Ja 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 locker Puh 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 Oh, das ist schon wieder. oh Das war's für heute.